Mein Name ist Mateja Wuck, ich arbeite bei der Firma Bebego als Gebäudereiniger im Kanton Aargau in einem Altersheim. Es ist eigentlich ein Vorher- und Nachher-Bild, das man sieht von der eigenen Arbeit, die man eigentlich macht. Es ist ein mega cooler Beruf. Es ist wirklich, wenn man gerne körperlich arbeitet. Und es ist mega vielseitig, eben mit Fassaden oder Boden, mit Fenstern. Ich finde einfach, es macht Spass, weil es ist mega viel Abwechslung. Jetzt wird es Zeit für den Baureiniger und den Schmutz und Batzen im Heidenkopf. Wenn das noch jemand retten kann, dann unser Reinigungsfachmacht.